Wir beginnen mit dem PSV Eindhoven, mit der 1 Stanley Menzo, die 2 Geoffrey Promayon, die 3 Jürgen Dirks, die 4 Tom van Moel, mit der 5 Erik Meier, 6 Jan Wauters, die 7 Edward Linskens, mit der 8 Marziano Fink, mit der 9, das ist er also. Ronaldo, sein Sturmpartner Luc Nillis und mit der 11 Peter Huckstra, das ist die Mannschaft von Ars de Moos, die taktische Übersicht, ein 4-3-3, Abwehrkette hier hinten, 4 Mann, 3 Mann Mittelfeld und 3 Offensive mit Nillis und Ronaldo und Huckstra. Leverkusen schickt folgende 11 ins Rennen, Rüdiger Vollbauer mit der 1, Markus Happer trägt die 2, Jens Melzig die 3, Christian Werns die 4, Ion Lopescu die 5, Tom Dooley mit der 6 als Libero, Paolo Sergio mit der 7, Bernd Schuster trägt die 8, Ulf Kirsten die 9, mit der 10 Hans-Peter Lenhoff und Markus Münch mit der Nummer 11. Das also die Mannschaft von Dragoslav Stepanovic und so sieht es dann aus auf dem Feld, Vollborn, Dooley als Libero, 3er Abwehr, Mittelfeld mit Nillis, Schuster, Lenhoff und Münch und davor die 2 Spitzen, Kirsten und Sergio. Also, losgehen kann es, der PSV Eindhoven in der blauen Spielkleidung, Leverkusen demzufolge in weiß, das ist der Schiedsrichter Laszlo Wagner aus Ungarn, Berufsoffizier, Oberstleutnant, genau zu sein, ist sein Dienstgrad bei der ungarischen Armee. Bei Leverkusen, Andreas Thurm nicht dabei, hat heute Morgen nochmal getestet, kann nicht spielen, hat Probleme im leichten Adduktorenbereich. Stanley Menzo, neu gekommen von Ajax Amsterdam für Hans van Broekelen. Und erstes Foulspiel von Erik Mayer, wie haben wir ihn, ist eigentlich gelernter Stürmer, heute in der Abwehr gegen Hans-Peter Lenhoff. Die beiden kennen sich noch vom FC Antwerpen, da haben sie gemeinsam gespielt. Und da sehen sie es, Tom Dooley schon jetzt, hinten drin, also deutlich als Absicherung hinter der Abwehr. Die Holländer haben mächtig eingekauft, 28 Millionen Mark dieses Jahr investiert, allein 10 Millionen für Ronaldo. Und der Brasilianer hat schon seinen Schatten, Jens Melzig kümmert sich in der Anfangsphase um den 17-Jährigen. Peter Fork spielt nicht mit, Colombo muss leider entfallen. Und Ronaldo zum ersten Mal. Da deutet er gleich an, warum sie ihn den neuen Pelé nennen. Viel Glück für Bayer Leverkusen. Zeigt erstaunlich viel Cleverness für sein Alter. Seine ganze Familie ist hier heute im Stadion, Mutter, seine drei Brüder und seine Freundin Lucia. Jan Wauters. Jan Wauters. Das ist Peter Huckstra. Soll auf der linken offensiven Mittelfeldseite für viel Druck und Dampf sorgen. Baumwauter. Jan Wauters. affirmation. paulo sergio mit diesem fehlpass das ist marziano fing man mit der glatze erik meyer war mal beim vfg stuttgart im gespräch als stürmer und schöne aktion von christian erster vorstoß marcus happe und und kirsten 1 0 in der fünf spiel minute durch den mittelschirmer und kirsten meine güte was für ein traum auftrag für bayern leverkusen kirsten der angeschlagen war er sich wieder fit spritzen ließ er sagte ihr trainer ich muss dabei sein und da zeigt er wie wichtig er für bayern leverkusen ist jürgen dirks hat da nicht aufgepasst der holländer mit der nummer drei in seinem ersten spiel in der ersten mannschaft des psw eindhoven da sehen sie es noch mal ulf kirsten und ganz toll vorbereitet dieses tor von marcus happe na also so hat sich das bei leverkusen vorgestellt nach dem pokal ko bei 1860 münchen hier ein frühes tor ganz wichtig für die moral und ganz wichtig auch für den club jetzt bin ich mal gespannt was der psw eindhoven da dagegen zu setzen und jetzt bin ich mal gespannt was der rückkehrer nach holland von genua eric meyer aber eindhoven hat schwierigkeiten ronald ronald und da war rüdiger vollborn noch mit den fingerspitzen dran schiedsrichter hat anders gesehen mit beiden füßen schussstark der brasilianer ja ich denke hätte eine ecke geben müssen war mit den fingerspitzen dran der rüdiger vollborn der die gesamte europapokal historie bei leverkusen mitgemacht hat seit 86 immer dabei immer dabei baut das ein bisschen riskant was er da macht der ex bayer kirsten zertow und fallspiel romayon der psb endhofen ja letztes jahr der ersten runde des uefa cup ausgeschieden gegen den ksc ein spieler arthur nümann sei dort die gelbbrote karte ist deswegen heute hier gesperrt bern schuster am freistoß lehnhoff sehr gefährlich so ein quer pass lücken und ronaldo und der schiedsrichter zeigt auf den elfmeter punkt zehnte minute strafstoß für endhofen und ich glaube latno wagner hat da recht zeigt rüdiger vollborn auch die gelbe karte hier sehen wir es nochmal ronaldo ball ist vorbei nein absolute fehlentscheidung da hat der brasilianer ein könnte man sagen das ist clever aber natürlich ist es unsportlich also fehlentscheidung von laszlo wagner und wie gesagt ich hab's von hier oben auch anders gesehen strafstoß auf jeden fall für eindhofen und ronaldo tritt selbst an in neun tagen wird er 18 jahre alt ist der kaltschneuze und das ist ganz ganz bitter für bayern leverkusen wenn sie wissen liebe zuschauer auswärtstore zählen in antwort zeichen doppelt im europapokal dieses war nicht gerechtfertigt denn die strafstoßentscheidung von laszlo wagner natürlich hat sich bayern leverkusen diesen treffer auch ein wenig selbst zuzuschreiben wenn sie sich an die entstehung der szene zurückerinnern erst der fehlpass von lehnhoff und dann schuss dazu lässt sich gegen nilis trotzdem es war eine fehlentscheidung aber hier ist mächtig dampf drin in dem spiel und menschen unsicher leverkusener abwehr hat im moment schwierigkeiten dann nilis und ronaldo sehr stark roschieren jetzt stand kurz markus happel gegen ronaldo nilis gegen melzig also die beiden bilden ein hervorragendes sturm duo bertie vogts stammgast fast schon in leverkusen morgen ist er in paris beobachtet die bayern ist dann nach dem spiel bei uns bei rtl im mini studio im prinzenpark stadion gemeinsam wahrscheinlich mit guter martin kann lehnhoff und ulle 2 zu 1 für bayern leverkusen wir kommen mit dem zählen kaum nach hans peter lehnhoff schön gesehen zurückgelegt und direkt genommen vom us amerikaner tom guli hier im uefa cup zählt er ja als amerikaner und mal wieder bei bayern leverkusen ein fantastischer 30 40 meter pass von bern schuster der den treffer voraus geht nichts zu machen natürlich für stanley menzo 13 minuten erst gespielt und 2 zu 1 für bayern leverkusen ich denke mal uns soll es recht sein tolles tor schnell und direkt gespielt und ganz wichtig für bayern leverkusen dass man da gleich einen drauf gesetzt hat auf das gegentor der olender ja 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 lupesco melzich und sergio oder rasen ein bisschen feucht der ball zu schnell paulo sergio und ronaldo zusammen im wm team der brasilianer beide nur ersatz ronaldo wurde ja häufig gefordert von peli kirsten und sergio kein abseits wieder ist kondole mitgelaufen war ganz rechts war hans peter lehnhoff da ist er und kirsten 3 zu 1 ist ja unglaublich was die eintore abwehr dazu abliefert wer kümmert sich um erik meyer der hans peter lehnhoff beschatten sollte wieder mal nicht aufgepasst war gar nicht zur stelle jürgen dirks verfehlte dann und mit der nummer vier tom van mool nicht eng genug bei ulf kirsten 3 zu 1 für bayern leverkusen was für ein spiel wir fühlen uns ein bisschen erinnert an das letzte europa cup spiel von bayern leverkusen im viertelfinale des cup-sieger-wettbewerbs letztes jahr als man hier 4 zu 4 gegen benfica lissabon spielte hoffentlich kommt es heute nicht genauso und damals schied bayern leverkusen aus und wieder platz für lehnhoff sergio im doel mit bromayon aber stanley menso scheinbar der bessere techniker als danislaw tschetschev dresdler keeper hat sich da ja neulich oder so eine jonglieraktion den ball praktisch selbst ins netz geht wieder ronaldo nicht zu stoppen also der junge gefällt mir wirklich rotzfrech und technisch unheimlich stark aber marcus happe als hätte ich es beschrieben stanley menso auch ein bisschen unsicher aber in der eintorenabwehr stimmt überhaupt nicht der junge jürgen dirks der heute sein erstes spiel macht in der ersten mannschaft der bei der u18 em in spanien vor ein paar wochen ganz glänzende spiele ablieferte wirkt hier ein bisschen unsicher da war kurz am wagen der ganz clever ganz clever und happe vollspiel von marciano fink und der sieht gelb der mann der in italien nicht zurecht kam weil genua 93 fünf ausländer hatte war er oft nur auf der tribüne verlor dadurch auch seinen stammplatz also seinen platz in der olympischen nationalmannschaft war nicht bei der wm dabei den will er sich jetzt zurückholen den platz im oranje team kisten während stark und kirsten bislang und bern schuster sucht ihn auch immer wieder bislang überall zu finden auf dem feld der münch ab ab jetzt ist ein bisschen mehr ruhe drin im aufbau bei leverkusen die erste unterbrechung in dieser partie wechselt auch schon aus arz de moos reagiert erik meyer vom platz und bringt mit der 14 bauplatz neuzugang von 20 nsk also war nicht zufrieden mit der beschattung von hans peter lehnhoff denn über den lief ja wirklich viel ich denke mal es ist zeit mal runter zu geben zu burkhard weber und die förder für eine erste kurze analyse ja wo die wir wollen über zwei sachen sprechen der elfmeter von aldo wie haben sie es gesehen er hat natürlich der glücker gemacht er hat auch spekuliert dass der das der rüdiger voll war mit der hand hingeht und versucht den ball zu er abschen und hatte leider nicht und da hat sich fallen lassen aber für schiri sie nicht mehr wir haben natürlich die positiv position an der fernsehkamera das ist ein bisschen einfacher das heißt jetzt clever wie wie gehen wir denn in der zukunft mit um das ist immer das risiko dass der stürmer dann hat oder auch egal ob der stürmer dann aber abwehrspieler wenn er das risiko eingeht so eine schwalbe zu machen oder hand oder was weiß ich was dann muss ich damit leben dass er natürlich auch mal eine gelbe oder rote karte bekommt aber sonst kann man eigentlich nichts gegen das zweite was auffällt sehr viel direktes spiel und viel über rechts über leno ja es ist wie eben schon gesagt wurde der trainer von eintruch hat er schon reagiert hatten anderen spieler jetzt gegen den pd leno gestellt er sie sich über die rechte seite seinen raum hat denn er auch braucht gesendet für so ein gutes spiel okay danke für die förderung kurz vor der halbzeit ja ist klar der rudi völler als stürmer kollege von ronaldo würde es natürlich genauso machen behaupte ich jetzt mal in dieser elfmetersituation deswegen meine ich auch als stürmer darf man da wohl von cleverness sprechen die glühle ist ein freistoß und und lupes go spiel von melzig mit erneut Freistoß für Eintritt da sehen wir es, da dreht er sich ein jetzt melzig ganz unbarmherziger Abwehrspieler in Rhein-Erlebung Uxtra Jan Bautas und Nelis 27 Jahre alt belgischer Nationalspieler war bei der WM dabei auch beim Sieg der deutschen Mannschaft gegen die Belgier zuletzt wurde er aber nicht mehr für die belgische Nationalmannschaft berücksichtigt Tom van Moel spielt jetzt gegen Hans-Peter Lenhoff Ulf Kirsten gegen Jürgen Dirks das ist Art de Moos der Trainer von Heinz Hoffen steht mächtig unter Druck letztes Jahr nur dritter zehn Punkte hinter Ajax und in der ersten Runde raus gegen den KSC im UEFA Cup da hat man mächtig aussortiert ganz ganz viele Spieler abgegeben Wim Kieft Kuhmann etc. pp und hat jetzt einen Neuaufbau gestartet und Steppi wie immer mit Zigarilla Hans-Peter Lenhoff sehr aufmerksam war abseits richtig entschieden Wolf Kirsten ein bisschen zu früh gestartet da sehen wir es ganz deutlich im Abseits der Torschütze zum 1-Zum und wieder Lenhoff dazwischen gefällt mir wirklich gut Nils Münch gegen Wörns und der bleibt bisher zumeist Sieger in diesem Duell und gleich mit Sitz Kuhmann Sitz Kuhmann Jan Wauters, Fink, das ist der neue Mann, mit der 14, kurz am Ball gewesen, Brodewin, Paul Batz, da ist er, eines der größten Talente im holländischen Fußball, kam von Twente Enskede. Ganz gefährliche Freistoßsituation da, 20 Meter Torentfernung, Huckstra gegen Münch, und ich glaube, da muss man nicht unbedingt pfeifen. Lugnilis ist ein ganz gefährlicher Freistoßschütze, mit der Nummer 10 Nummer. Mal wieder Nielis. So wie es im Moment steht, könnte er recht behalten, der Brasilianer. Jan Wauters heißt eigentlich richtig Jakobäus Wauters. Und Sergio schneller als Bromagion. Leverkusen agiert aus der Konterstellung, lässt Eindhoven so ein bisschen das Spiel machen, zieht sich teilweise weit zurück, um dann eben über den schnellen Lehnhof oder Sergio Konterangriffe nach vorne zu tragen. Sergio. Paul Platz. Paul Platz. Ganz Onlys als Bromagion. PatrickDERn. Und T pend costs dann exactly Aben noch zu behandeln. Sie kommen in diameter. Wir sehen uns hinsichtlich des Geistes sein. Das sehr Quelle es Isnch boundaries sehr glücklich macht. Lassen Sie mit irgendein Nein, geen Angst Corneln. Feier! 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 Fink! 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 rüdiger vollbauen war 88 natürlich dabei als feier leverkusen gleiches jahr übrigens als der psb den landesmeister cup in stuttgart 3 zu 1 nach wie vor die führung für bayern leverkusen es wird so ein bisschen hitzig da sehen sie mal die ballbehandlung von ronaldo spitzelt den ball vorbei und dann kommt melzig trifft eben nur die füße und deswegen die freistoßentscheidung korrekt ich sagte es schon hält sich hier der mann wieder nilis beim freistoß tastet sich ran der belgier kann bern schuster ein bisschen besser jetzt ist ein wenig der dampf raus nach dieser furiosen anfangsphase mit den toren in den ersten 16 minuten kann sich die mannschaften ein bisschen besser aufeinander eingestellt die unordnung bei eindhoven in der abwehr scheint behoben die eine kammer die eine kammer wird so die 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 ronald gewinnt fast jedes duell und ist verdammt schnell reklamiert der anspiel er greift sich aber ins gesicht mal die zeitgruppe angucken da geht ihm der ball an den ellbogen ist natürlich auslegungssache aber meines achtens kann man da nie und nimmer ballplatz jetzt mal über links aber bei hohen bällen brennt im leverkusener strafraum überhaupt nichts an wir sind so Untertitelung. BR 2018 Fink mit viel Ballkontakten im Mittelfeld der Holländer. Wieder Ronaldo. Ja wieder. Einwurf für Eintoben kann ich nicht nachvollziehen. Wurde Sergio vom Ball getrennt. Der Ball trudelte ins Out. Das ist der Einwurf für Leverkusen. 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 Paulus Sergio war ja auch ein bisschen angeschlagen. Prellung am Fuß. Aber der Dieter Czolek, der Mann mit den magischen Händen bei Bayer Leverkusen, der Masseur und Physiotherapeut, hat ihn hinbekommen. Tom Dooley. Tom Dooley. Tom Dooley. Fink. Manager Kallmund. Natürlich aufs Weiterkommen geeicht. Mit dem viel, viel Geld. Die Einnahmequelle, DFB-Pokal ist da schon versiegt. Gelb für Jan Wauters. Wir sehen jetzt kaum eine Möglichkeit, den Ball zu spielen. Deswegen die Karte sicherlich. Das Wechselspiel zwischen Lopesco und Dooley klappt jetzt auch. Ganz vorzüglich, wenn sich Tom Dooley nach vorne mit einschaltet, bleibt der Rumäne hinten. Und Geoffrey Brummaillon muss aufpassen. Er hat schon die gelbe Karte gesehen. Kann mir gut vorstellen, dass das einer ist, über dessen Auswechslung Atz dem Ost demnächst nachdenken wird. Denn zu zehnt will er hier sicherlich auch nicht zu Ende spielen lassen. Wieder Kirsten. 3 zu 1 nach wie vor. Noch knapp 5 Minuten zu spielen. Und uns interessiert wieder, was Rudi Völler alles erkannt hat. Ja, Florian hat es gerade gesagt. Die Luft ist raus. Die Erklärung des Experten. Ja, da braucht man kein großer Experten zu sein. Es ist so, dass wir 3 zu 1 führen. Dann ist klar, dann lässt man erstmal ein bisschen jetzt die Holländer kommen und versuchen dann auch den einen oder anderen Konto zu fahren. Das ist bis jetzt noch nicht geglückt, aber ich glaube schon. Vor allem auch in der zweiten Halbzeit. Einturfen muss ein bisschen was nach vorne machen. Und da haben wir natürlich noch die eine oder andere Chance. Riesenspiel. Ulf Kirsten. Das können Sie am besten glaube ich nachempfinden. Ja, auf jeden Fall. Der Ulf ist der klassische Mittelstürmer. Der braucht sicherlich nicht vor dem Ronaldo zu verstecken. Auch wenn das ein ganz anderer Spieler ist. Aber er hat sich bewiesen. Er hat zwei super Tore geschossen und ist immer brandgefährlich am Tor. Okay, danke. Weiter geht's oben mit Florian König. Man muss natürlich auch dazu sagen, der Ronaldo, 17 Jahre alt, hat noch was vor sich. Und wieder Lehnhoff. Schön gesehen. 4 zu 1. Ulf Kirsten. Hans-Peter Lehnhoff. Dicke Klob. Er macht ein Riesenspiel. Saus über Rechstürm. Mächtig Druck. Und hat dann erstmal durch seine Schnelligkeit gegen Jan Bauters keine Probleme. Der 34-Jährige. Einfach nicht mehr so spritzig. Und dass er dann uneigennützig ist. Hans-Peter Lehnhoff und Ulf Kirsten sieht. Bravo. 4 zu 1 für Bayer Leverkusen. Und Rudi Völler hat's gesagt. Unsere Konterchancen kommen bestimmt. Das war sie. Die erste gleich gekrönt. Mit diesem Tor. So deutlich hätten es wohl die allerwenigsten erwartet hier das Ergebnis. Denn der PSW Eindhoven. Eine europäische Spitzenmannschaft. Man muss allerdings sagen. Die Mannschaft ganz ganz jung. Ganz unerfahren. Im Neuaufbau begriffen. Nur 23 eineinhalb Jahre im Schnitt. Das Team was da unten auf dem Rasen im Moment steht. Zum Vergleich. Abseits. Lassen Sie mich den Gedanken noch fortführen. Zum Vergleich. Die deutsche Nationalmannschaft. Die in Moskau gegen Russland 1 zu 0 siegte. 29 Jahre im Schnitt. Zut�kau gegen Russland 1 zu 0. Pache 20 9 geht's los. Paolo Sergio. Ulf Kirsten der Dreifache Torschütze. Christian Börns. dem jungen hat die nominierung für die nationale auch gut getan trotz vor selbstvertrauen meldet peter huckstra völlig ab und wagt sich jetzt schon mal nach vorne zum ende der ersten hälfte nachdem es bisher am heutigen europapokalspieltag nicht allzu viel tore zu sehen gab allein dortmund hat ja eins geschossen gegen mother well andy möller lindsgänz herrn schuster hat ein paar unnötige fehlpässe drin also nachdem es bisher heute bei bremens 0 zu 0 in tel aviv hier also fußball für genießer von bayern leverkusen nilitz die letzte minute läuft noch mal freistoß für den 13 maligen holländischen meister bauters und hüttster Ja, 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 ja! und praktisch mit ablauf der regulären spielzeit das 2 zu 4 aussicht von eindhoven und da hat der junge auch schon seine zwei tore gemacht ganz kurz angetäuscht trocken abgezogen da gab es nicht viel zu halten für rüdiger vollborn stand ein bisschen weit vor dem kasten aber da hat er nicht mit gerechnet dass der brasilianer so trocken abzieht schade schade für bayern leverkusen das war ganz unnötig praktisch 20 sekunden vor dem abpfiff trotzdem wir haben ein fantastisches fußballspiel gesehen 4 zu 2 für bayern leverkusen nach 45 minuten wir geben jetzt erstmal zurück nach köln melden uns aber in der piste der ablösesumme herrscht so ein bisschen unsicherheit da haben einige mit kassiert sind sicher mehr als die zehn millionen die der verein offiziell zugeht hans peter lehnhoff und ulf kirsten beim anstoß lehnhoff für mich trotz der drei tore von ulf kirsten der auffälligste der wichtigste leverkusener spieler und wenn es so weitergeht wie der ersten hälfte müssten wieder in 16 minuten vier tore fallen aber so große optimisten sind wir dann doch auch ein tofen unverändert hat ja schon einmal gewechselt fahlplatz für meyer der überhaupt nicht mit hans peter lehnhoff zurecht kam dirks und da kann man mal ein bisschen applaus aus reihen der holländischen fans von denen sich eine einige heute hier schon mächtig daneben genommen haben in leverkusen 100 verhaftungen in der innenstadt wurde randaliert am kaufhaus 30 holländer sind noch in gewahrsamen die anderen 70 hat man wohl laufen lassen das sind sie die fans vom psw natürlich in der mehrzahl anständige anhänger fußballverrückte aber da sind eben dann doch ein paar drunter die hier für unruhe sollen lindskens und wieder ronaldo aber du lieb hast da ich bin mal gespannt ob da noch eine engere manndeckung von dragos klap stefanovic für den jungen brasilianischen wunderstürmer angeordnet wurde denn den muss man glaube ich bei der ball annahme direkt stören wenn man erst auf sich zulaufen lässt dann ist ja meist vorbei da ist er also jetzt ist wieder vorbei an melzig und nilis das ist das problem was ich ansprach wenn man ronaldo platz lässt wenn man in den ball führen lässt dann ist er im zweikampf einfach stärker da muss melzig dichter ran sonst gibt es hier auch noch tore für ein toben zwei hat der brasilianer ja schon geschossen zum dhule auch mit einer vorzüglichen partie jetzt aber unnötiger fehler fink und da war ronaldo ganz rechts draußen wieder völlig allein sergio kann sich noch nicht entscheidend durchsetzen das ist ja bei uns unauffällig aber zuverlässig und leno hat alles hand und fuß was er heute hier macht und der schiedsrichter lässt weiter laufen nach dieser attacke von romayon an paulo sergio der da auch liegen bleibt in der nähe des holländischen strafraums jetzt müssen die mal den ball rausspielen publikum pfeift natürlich und jetzt nimmt das laszlo wagner in die hand aber auch diese unterbrechung des ungarn natürlich zu einem ungünstigen zeitpunkt denn da hatte bernstuster den ball hätte vielleicht eine gefährliche situation der leverkusener heraufgeschwören können ja für mich klares bauspiel tritt ihm in die hacken und der mann hat schon geld und ist schon einmal verwarnt worden da sehen sie es sergio am ball und von hinten in die beine getreten von romayon also lange darf sich das der schiedsrichter nicht mehr anschauen und bleibt natürlich auch hier die fifa regel der handlung außerhalb des platzes also sergio muss auf die trage hier sehen sie sergio am ball und romayon mit der schere am linken bein des brasilianers ganz unschöne szene und dita schon mal paulo sergio und hier gibt es einen schiedsrichter ball kirsten und gegen kirsten gegen laut schuster schuster und 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 die und jetzt wird es ganz ganz hitzig bezeichnen so geht es nun mal zu auf europäischem parkett aber an diesen aktionen haben nachsetzen auch hier von ulf kirsten sehen sie wie heiß die leverkusener sind und mit dem 4 zu 2 kann man auch nicht ganz zufrieden sein denn ein 2 zu 0 auswärts würde das ausscheiden bedeuten deswegen muss das ziel von bagus lav stefanovic sein hier noch einen oder zwei treffer nachzunehmen schuster und lehnhoff kirsten kein problem so in der holländischen nationalmannschaft immer die nummer zwei war hinterhand von bräuchelen lupesco bernd schuster war rechts ganz frei schüttelt den kopf der blonde engel hätte früher den ball bekommen müssen von jürgen lupesco blöden 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 Untertitelung des ZDF, 2020 FIHER! 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 Jürgen Dirks hat sich gefangen, wirkt am Anfang und sich etwas nervös, spielt jetzt sehr ruhig, sehr souverän in der Abwehr der Holländer. In der Holländischen Liga liefst bislang hervorragend für ein Tore. Zwei Spiele, zwei Siege. Ronaldo und Niles jeweils mit drei Treffern. Das Spiel am Wochenende hat man kurzer Hand verlegt. Konnte sich also in Ruhe vorbereiten auf diese Partie hier in Leverkusen. Schönes Nachsetzen, Schuster geht. Aber schön gespielt von Wörns und Ulf Kirsten, ein Schrittchen zu spät. Happe! Clever gemacht! Ja entscheidet der Schiedsrichter auf hohes Bein. Markus Happe, drittes Jahr bei Leverkusen. Bislang stark auf der linken Defensivseite. Fauchplatz... ... ... ... so ist es richtig jens melzig gegen ronaldo bei der ballannahme gestört und dann hat ronaldo wie einst gert müller den hintern rausgestreckt aber der schiedsrichter hat gesehen lindsken jetzt mit anlauf wieder vorbei der junge wird seinen weg machen ich glaube das kann man sagen ging auf empfehlung von romario nach eindhoven hätte auch italien wechseln können aber mario der selbst vier jahre in eindhoven gespielt hat gesagt junge hier nach holland da kannst du in ruhe reifen und wechseln sergio ronaldo vier zu zwei nach wie vor bayern leverkusen hans peter lehnhoff kämpft um jeden ball lindsken da ist er wieder und ronaldo gibt es denn das das dritte tor des brasilianers und da muss man der bayern abwehr wirklich einen vorwurf machen nach 60 minuten sollte man gemerkt haben wie stark der junge ist den darf man einfach keine sekunde aus den augen verlieren drittes tor ronaldo 61 minuten nur noch 4 zu 3 für bayern leverkusen ich habe meine ersten hälfte gesagt das erinnert uns alles an das 4 zu 4 gegen benfica und im moment sieht so aus als könnte es wieder so kommen da stand dann plötzlich marcus happe gegen ronaldo ich denke den jungen muss man einfach wirklich in konsequente manndeckung übernehmen sieben tore meine güte jetzt moral beweisen und trotzdem kontrolliert nach vorne spielen bayern leverkusen das muss die devise sein und da kann man den belgern wirklich nur recht geben ich muss sagen mit knapp 18 jahren einen so ausgefuchten fußballer das gab es ganz ganz selten pelé hat in dem alter schon für die brasilianische nationale ganz wichtige tore gemacht aber es sind nicht viele die so früh schon so weit morgen ein 4 zu 3 für die bayern in paris uns wäre es recht und auch wenn es nicht so kommt auf alle fälle sehenswert um 20.15 fußball der sich gut eingefügt hat eine richtige entscheidung von art demos ihn zu bringen und da ist es noch jetzt häufiger nach vorne geht und jetzt am 16 an riegel auf die holländer power play von leverkusen aber ganz gefährlich weil sie dadurch die leverkusener weit raus ziehen und ronaldo mal wieder vorbei jetzt gegen du leh auch da vorbei meine güte was für ein stürmer ballplatz im nachschuss so leid es mir für leverkusen tut aber das ist eine wahre pracht dem jungen hier heute abend beim fußballspielen zu schauen zu dürfen und ich denke wo die feller wird ähnlich sehen ein super stürmer ja wo ich gebe die frage weiter ich glaube sensationeller führer oder ja das erstaunlich ist vor allen dingen wie schon ein paar mal gesagt er ist aus knapp 18 jahre und ich glaube ich habe nie ein spieler gesehen der mit knapp 18 jahren schon so weit ist wie diese spiele das ist also schon fast absoluter weltklasse ist meld sich der richtige gegenspieler ja normalerweise schon ich habe ihn denn wenn sich jetzt kennengelernt auch im training die letzten letzten zwei wochen das ist ein hervorragender mann decke das hat auch schon der bundesliga bewiesen aber der ronald ist natürlich ein ganz großes kaliber was muss jetzt in ihrer mannschaft passieren damit man hier nicht noch den ausgleich passiert vielleicht verliert ja man muss versuchen ruhig weiter zu spielen wie in der ersten halbzeit die konnte schauen suchen die kommt mit sicherheit noch weil ein tofen ist selbst wieder 4 3 nicht zufrieden das kommt eigentlich uns entgegen wir müssen versuchen noch einen guten konter zu fahren weiter mit florian könig ich denke mal das urteil von rudy füller wird den ronaldo freuen von weltklasse stürmer zu kommenden weltklasse stürmer und wieder mal von brule der aufpasst leverkusen muss natürlich aufpassen was in der vorwärts bewegung nicht allzu viele ballverluste passieren denn dann wird es wirklich ganz gefährlich mit lüc nilis den wir hier in der übertragung bisher noch nicht so rausgestellt haben der aber viel arbeitet sich fallen lässt ins mittelfeld und dadurch oftmals dem jungen ronaldo bälle besorgt und auch räume schafft die der bisher glänzend genutzt da war schon wieder und ich glaube das muss man gar nicht groß kommentieren wieder ein bisschen zu spät jens melz die ps vip ist natürlich hoch zufrieden leno und es wird die erste auswechslung geben für bayern leverkusen jens melzig geht und für ihn kommt mario toll mit ein bitterer abend natürlich für einen verteidiger wenn der gegenspieler so auftrumpft aber ich kann mir nicht vorstellen dass der mario toll mit ronaldo übernimmt mit rück ins mittelfeld und christian werns auf tut fühlung mit ronaldo jetzt aber auf dem weg zum vierten tor den liment so glänzend gemacht ja aber das sind die chancen die konterschancen die rudy völler angesprochen hat die eröffnen sich für bayern leverkusen sicherlich noch mal da bin ich mir ganz sicher mensch schade mal gucken wie christian werns nun mit ronaldo zurecht kommt ist vielleicht der beweglichere mann vielleicht dadurch der bessere mann für die bewachung von ronaldo gelbe karte für jürgen dirz ruf kirsten muss mächtig einstecken also und ja ja Appe, ist zu lang der Ball. Da sehen Sie das Duell. Christian Werns und Ronaldo. Tollkmit hat sich im Mittelfeld zu Marziano Fink orientiert. Münch ist bei Nielis. Und wenn man die spielbestimmenden Personen bei Eindhoven ein bisschen genauer beschatten. Es ist sicherlich auch die Frage, ob diese offensive Libero-Auslegung bei Bayer Leverkusen sowohl was Tom Dooley betrifft, als auch Ivan Lopescu, wenn er absichert, dann in diesem Spiel die völlig richtige Entscheidung war. In der einen oder anderen Situation wirkte die Abwehr eben doch ein bisschen entlöst. Und das sollte er nicht machen, der Ulf Kirsten. Meckern bringt nichts. Gelbe Karte. Und das rächt sich im UEFA Cup Wettbewerb meistens. Die gelben Karten werden ja durch den ganzen Wettbewerb durchgezogen. Nach zwei gelben Karten muss man ein Spiel aussetzen. So, jetzt aber brandgefährlich die Freistoßsituation. Bernd Schuster. Hier, 5 zu 3 für Bayer Leverkusen. Der blonde Engel hat mal wieder zugeschlagen. Fantastischer Freistoß. Über die Mauer gezirkelt. Da hat der Torwart im seltensten Fall eine Chance. Der für ein Ballgefühl hat der Bernd Schuster. Reingeschlenzt. In die lange Ecke. 73 Minuten gespielt. Und wieder der Zwei-Tore-Vorsprung für Bayer Leverkusen. Ein bisschen durchatmen. Bei den Bayer Fans. Schuster! 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 Ich bin mal gespannt, was die Kollegen sich einfallen lassen, wenn die noch ein paar Tore fallen. Die werden die Schützen hinschreiben. Schrift sei schon kleiner geworden. Teilen wir mit aus dem Ü-Wagen. Mit einem Spiel, in dem acht Tore gefallen sind, hat sich Bayer letztes Jahr aus dem internationalen Wettbewerb verabschiedet. Dann 4 zu 4 und hier jetzt beim Auftakt in die neue Runde wieder acht Treffer. Zum Glück ein bisschen günstiger verteilt. 5 zu 3 für Bayer Leverkusen. Und noch 15 Minuten zu spielen. Und noch 15 Minuten zu spielen. Jetzt Paolo Sergio. Ja, musste er sich auf die 1-1-Situation einlassen. In der Mitte. Niemand frei. Völlig richtig, da ins Dribbling zu gehen. Atemus. Was wird in ihm vorgehen? Letztes Jahr 2 zu 1 in Karlsruhe verloren. Zu Hause 0 zu 0. Und schon war man draußen. Ronaldo. Wieder der Brasilianer. Erster Krampf. Ist natürlich unheimlich viel gelaufen auch. Hat sich selbst ein bisschen die Hacke an die Wade geschlagen. Und jetzt praktisch die gleiche Entfernung wie eben bei Bernd Schuster. Auf der anderen Seite. Lüc Niles hat es schon ein paar Mal probiert. Bernd Schuster hat es ihm vorgemacht. Hoffentlich macht es ihm der Belgier nicht nach. Im Sinne von Bayer Leverkusen. Wäre es wichtig, wenn dieser 2-Tore-Vorsprung bestehen bleibt. Sehr schöne Geste von Paolo Sergio. Der da seinen Landsmann Ronaldo nach draußen begleitet. Wird jetzt behandelt werden. Wouters oder Huckstra? Wie gesagt, Fernschuster kann es besser sein. Also sind die Leverkusen. Vor allem. notes. Als wenn jetzt halten. Und jetzt Maiser Leverkusen. Wo ist das? Run. gì investiert ist? Wo ist das? Jan Bauters. Pfahlplatz. Pfahlplatz. Pfahl. 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 An der Seitenlinie zeigt, hat dem Russ an, dass er Ronaldo austauschen will. also der große fußball abend das ronaldo luis nasa rio de lima kurz genannt ronaldo geht zu ende für ihn wird kommen mit der nummer 16 bodemain sender aber noch ist der wechsel nicht von stadt den ball auf den linken fuß legen bernd schuster ein haken ein haken zu viel gleich mit links abziehen aber das sagt sich so einfach von hier oben wieder lehnhoff und der wechsel ist von stadt gegangen wo wir sind im spiel 18 jahre alt also wieder ein youngster kommt aus der eigenen jugend das fußballinternat in eindhoven bringt viele talente erfreut toll mit und stanley menzo schon zum zweiten mal zeigt er dass er ein guter torhüter ist vorhin gegen kirsten jetzt gegen tod noch mal eckstoß bernd schuster und so ist es meistens erlobt man einen spieler dann macht er schon einen fehler du völlig frei kirsten imponierend das leverkusen nach wie vor nach vorne spielt aber das ist natürlich nicht ganz ungefährlich abseits mit ronaldo ist jetzt natürlich gefahren herz draußen dennoch muss man weiterhin wachsam bleiben in der abwehr das ist ein spiel zweier offensiv mannschaften die beide ihre problemchen in der abwehr haben unter dampf gibt abschluss es ist schon fasziniert im holländischen fußball wie oft da junge talente rausgebracht werden sieben minuten noch zu spielen immer noch fünf zu drei die führung für bayern leverkusen das muss man sich auf der zunge zergehen lassen senden gegen tod mit die beiden youngster und es gibt eckstoß dennoch sergio guckstra wulf kirsten pech aber trotzdem beeindruckend für eine partie hinlegt muss sich immer wieder vergegenwärtigen dass er nicht ganz fit in die partie ging ein enormes laufbensum und drei toren links ganz nilis Applaus Applaus Klopp Ja, im Nachhinein, wenn man schon mal 4-1 geführt hat sagt man, gut, vielleicht hätten wir das doch vielleicht halten müssen aber vor dem Spiel, wenn man gedacht hätte, wir hätten 5-3, dann sind wir nicht zufrieden gewesen wie schon gesagt, wir hatten ja einige angeschlagene Spiele und der eine oder andere konnte auch nicht spielen also wenn das 5-3 ausgeht, sind wir schon zufrieden Dank 너 Rudi Völler, dass sie das mitgemacht haben und dann drücke ich Ihnen die Daumen, dass sie im nächsten Jahr im Viertelfinale dabei sind Viertelfinale tja bayern leverkusen mit rudy völler das wäre es im europapokal dafür muss man auf jeden fall mal diese erste runde überstehen das wird nicht einfach fink vorrang gemacht von tom hier den ball ein bisschen abfälscht dadurch den winkel schlechter macht natürlich aber die rettungstat von rüdiger vollbau nicht vergessen nil ist meine güte nun sind die worte von rudy völler wieder über den haufen geworfen 5 zu 4 nur noch für bayern leverkusen der belger ein klasse stürmer ist zeigt er spätestens hier 88 minute kurz angenommen abgezogen vollbau mit pech war noch leicht dran aber da gab es nicht zu halten der ball geht durch die abwehr hindurch sicht versperrt tickt noch mal auf also im torwart kann man und darf man da überhaupt keinen vorwurf machen das ist nur schade das eben bei leverkusen die zwei tore vorsprung nicht über die zeit geschaukelt hat ein 5 zu 4 ich meine ein unglaubliches ergebnis aber natürlich eine denkbar schwierige ausgangsposition fürs rückspiel ein simples 1 zu 0 zu hause reicht da dem psw enthofen das werden gemütsschwankungen sein bei ihm der manager von bayern leverkusen wir haben ein tolles fußballspiel gesehen da die letzte minute läuft eines das attraktiv war wie selten als zuvor allein dank der tollen tore aber ich denke mal beide trainer werden viel zu mäkeln haben denn da sind in beiden abwehrreihen einige fehler passiert wenn ich nur daran denke dass baguslav stepanovich sagte wir wollen zu null spielen und vorne hilft der liebe gott das ist heute nicht gelungen vorne hinten früh so könnte man ungefähr die leistungen beider mannschaften umschreiben nun wird zu diskutieren sein war es richtig melzig auf ronaldo zu stellen hätte man früher christian berns gegen ihn setzen müssen hätte vielleicht libero tom du legt konservativer spielen müssen das vögelchen für den linienrichter glück dass da ion lupescu noch eine karte sieht aber gerade was diese libero rolle angeht da bedingt natürlich eins das andere durch diese moderne spielauffassung ist man eben in der offensive stärker und an der offensiv leitung von bayern leverkusen gibt es heute überhaupt nichts zu mäkeln ein bisschen fehlte vielleicht die cleverness nach dem 4 zu 1 vorsprung das ding hier sicher über die bühne zu schaukeln 5 zu 4 also das endergebnis der sieg für bayern leverkusen ein ergebnis das nach toren für drei vier europapokalspiele gereicht hätte gern schuster durch seinen tollen freistoß hat er wieder hoffnung gebracht der psw eindhoven ist natürlich glücklich nach dem 1 zu 4 rückstand noch mal so toll heranzukommen daran hätte man sicherlich nicht gedacht ich denke wir haben ein tolles fußballspiel gesehen sie zu hause sind auf jeden fall auf ihre kosten gekommen das war es von hier oben ich gebe mal runter zu burkhard auf ihre kosten und 3 wir sind auf auf 1 wir sind